Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Wechseljahren und Arthritis? Aktuelle Forschungsergebnisse scheinen darauf hinzudeuten, dass es bei Frauen in den Wechseljahren zu einer erhöhten Inzidenz von Rheumatoide Arthritis kommt, da Hormone eine Rolle bei der Entstehung oder Verschlimmerung der Symptome spielen. Im Fall des Zusammenhangs zwischen den Wechseljahren und Arthritis ist der Täter wahrscheinlich der Rückgang des Östrogenspiegels. Muskel- und Gelenkschmerzen sind typische Symptome der Menopause, bei denen angenommen wird, dass die Gelenkentzündung auf Östrogenmangel und hohe Harnsäurespiegel im Serum zurückzuführen ist. Die genaue Rolle, die Hormone bei Rheumatoide Arthritis spielen, ist nicht bekannt, betrifft aber dreimal so viele Frauen wie Männer, was darauf schließen lässt, dass der Zusammenhang zwischen den Wechseljahren und Arthritis mit der weiblichen Biologie zusammenhängt. Wenn Arthritis-Patienten schwanger werden und der Östrogenspiegel steigt, nehmen viele von ihnen eine Besserung ihrer Symptome vor. Wenn sich der Östrogenspiegel nach der Geburt wieder normalisiert, erleben die überwiegende Mehrheit der Frauen eine Wiederaufnahme der Symptome, die möglicherweise sogar noch schlimmer sind als vor der Schwangerschaft. Die Menopause ist durch einen Rückgang des Östrogenspiegels gekennzeichnet. Bei Frauen mit Arthritis kann eine Menopause die Intensität der Symptome erhöhen. Der direkte Zusammenhang zwischen den Wechseljahren und Arthritis wurde jedoch noch nicht festgestellt. Es gibt eine Erkrankung namens Menopausal Arthritis, die Frauen betrifft, die sich einer Östrogendepletionsbehandlung unterziehen. Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, können beispielsweise behandelt werden, da sie die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens von postmenopausalem Brustkrebs im Frühstadium verringern. Eine Nebenwirkung ist die Entwicklung von Muskelskelett- und Gelenkschmerzen, die so heftig sein können, dass sie die Behandlung abbrechen. Nach Beendigung der Behandlung verschwinden die Symptome. Wenn die Östrogenproduktion sinkt, steigt das Molekül CD16 an. Dieses Molekül reguliert Entzündungen und scheint die Verbindung zwischen den Wechseljahren und Arthritis zu verstärken. Dies wäre jedoch nicht der einzige Faktor, der die Rheumatoide Arthritis beeinflusst. Daher reicht es nicht immer aus, eine Östrogenersatztherapie durchzuführen, um Frauen vor deren Auswirkungen zu schützen. Osteoporose wurde sowohl mit der Menopause als auch mit Arthritis in Verbindung gebracht und mit den reduzierten Östrogenspiegeln dem Körper nach der Menopause in Verbindung gebracht. Rheumatoide Arthritis kann auch zu einem Verlust der Knochendichte führen, da die Entzündung um die Gelenke eine Verschlechterung des Knochens verursacht. Die Menopause kann auch zu einem Verlust der Muskelmasse führen, was sich auf die Muskeln auswirkt, die Schmerzen und entzündete Gelenke unterstützen. Infolgedessen beschleunigt oder verschlimmert die Menopause die Symptome von Arthritis und kann eine der möglichen Ursachen für Rheumatoide Arthritis sein.